Kommen! Es ist... fürchterlich! Wie es aussieht, haben Sie Ihr einzig wahres Selbst gefunden. Es ist nicht lustig. Mia, schnapp dir den Kristall. Mo, wir geben ihr Deckung. Hey, Gagona. Was für ein Kleid. Obwohl die Blüten sind ein bisschen viel. Aha, Überraschung. Dieser Blick ist unbezahlbar. Wieso wollt ihr eigentlich diesen hässlichen kleinen Stein? Nein. Ich wünschte, ich könnte dein Gesicht sehen, wenn ich das Ding zerstöre. Und ihr damit jede Chance nehme, uns zu besehen. Ich nehm sie dir. Loco, Mo, wir lang! Ich schätze, du willst mich nicht durchlassen, oder? Das hab ich mir gedacht. Also, deshalb werde ich... Aua! Aua! Ist das alles, was du kannst? Geben Sie es her! Das war eine Pirouette! Wie haben Sie das denn gemacht? Ich weiß es nicht, aber ich find es gut. Was? Aua! Ich bin unglaublich! Was für ein Talent! Aua! Aua! Wie macht ihr denn das? Habe ich ihn schon gefragt. Habt ihr euch. Was ist das denn? Lalalala, truppelte Achsel. So brillant. Was? Keine Wertung? Hört auf, ich befehle es euch. Wissen Sie, Sie sollten nicht auf die hören. Sie sind wirklich gut. Wo geht es raus? Links? Nein, warte, war es rechts? Du hast auch keine Ahnung. Vielen Dank. Es ist so gut, dich zu sehen. Da lang. Leute, da ist der Ausgang. Los, schnell. Hey, wartet. Ich muss mir vorher noch was ansehen. Na, das ist keine Überraschung. Ich weiß, wer es ist. Komm schon, Mia, wir müssen los. Dankeschön. Also, wer war das, Mia? Hm? Die andere Elfe im Spiegel. Wer war das? Ich glaube, das wirst du bald wissen. Aber zuerst muss ich dann noch mit jemandem reden. Ich bin bald wieder zurück, versprochen. Alles klar. Bis bald, Mia. Mach's gut, Mia. Ja, mhm. Mhm. Mhm.